Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Movie Cannibals. Wie immer um den Kochtopf versammelt sind. 99 Centil. Guten Tag. Wühltisch Werner. Moin moin. Und ich der Sven. Hi. Heute auf dem Speiseplan steht, es gibt was auf die Waffel von den Muscles from Brussels. Abgehangen, delikat oder ungenießbar. Alte Recken im letzten Kumitee. Und natürlich seid immer netz und höflich zu den Servicekräften, denn ihr wisst nie, wer euch den Kaffee und Kuchen serviert. Becci 2. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Screener und die Frage, seid ihr heiß? Seid ihr on fire? Yes, absolut. Ich war ein heißer. Also ich bin grundsätzlich immer, wenn ich eure Stimmen höre, bin ich immer heiß. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt an den Film liegt oder an euch. Die Begeisterung schwappt rüber, ich merke. Okay, bevor es losgeht, fangen wir natürlich an mit The Last Watch. Was habt ihr euch so Gutes gegeben im DTV-Bereich? Werner. Ich glaube, das Letzte, was ich da gesehen habe, war so ein billig Asylum-Film, den ich irgendwo auf dem Flohmarkt mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Titel war. Ich glaube, das war dieser Atlantic Rim hieß der, genau. Nicht Pacific Rim, Atlantic Rim war das. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Teile, oder? Genau, deswegen war ich gerade so verunsichert, welcher von denen das war, weil man das auch gleich wieder vergisst. Ich habe bei knapp 50 Minuten dann ausgemacht, weil mir die Zeit wirklich zu schade war. Und die 50 Cent, die ich da habe verliegen lassen, die war es mir dann auch egal. Okay, ist das noch, möge er in Frieden ruhen, Roger Corman mit im Boot, oder weißt du das? Glaubt nicht. Das war ein anderer. Okay, alles klar. Weil da habe ich nämlich tatsächlich, da lief irgendwann mal auf Tele 5, da habe ich mal reingeschalten und nach 10 Minuten schon verzweifelt die Fernbedienung gesucht, um umzuschalten. Ja, das gibt es. Nein. Nein. Das gibt es aber manchmal. Also, das hatte ich bei Sandsharks, das konnte ich nicht, das hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Ja, man hat halt so ein großes Trash-Herz, man will es doch, man will es ertragen, aber irgendwann ist auch das größte Herz zu klein. Definitiv. Ansonsten, was habe ich mir noch angeguckt? Ja klar, jetzt kam mir die Hard Target Box, da habe ich mir ein Workprint nochmal reingezogen. Oh. Der ist da mit drauf. Das ist gut. Ich hätte mir zwar tatsächlich, also hätten sie es wirklich perfekt gemacht, hätten sie noch die Sneak Peek fandet, Fassung draufgepackt. Hätte mir besser gefallen, aber okay. Was war der Anlass noch? Also, der Workprint geht 126 Minuten. Da hast du, es gibt halt auch eine Liebelei zwischen Van Damme und seiner Tussi, die er da durch die ganze Zeit rumschleppt sozusagen. Die ist, das ist kacke. Das ist wirklich, also da guckst du hin und denkst, um Gottes Willen. Also, da haben beide wirklich absolut was da acht. Okay. Es gibt aber halt ein bisschen mehr Gewalt. Es gibt, ja, eigentlich deutlich mehr Gewalt. Also, es gibt ein paar Exekutionen, die brutaler sind und der ist halt auch teilweise anders da geschnitten. Ich finde es halt schade, dass gewisse Sachen nicht wirklich irgendwie übernommen haben. Aber die Qualität, ja, ist halt auch nicht wirklich dolle, muss man schon sagen. Man kann sich das angucken, mit Abstrichen natürlich. Ja, okay. Funktioniert, obwohl er von 31 ist. Das ist ja nochmal deutlich, deutlich, deutlich andere Sehgewohnheiten. Und ich war überrascht. Also, ich habe mir die Ultimate Collectors Edition, die Frankenstein Edition geholt. Mit acht Frankenstein-Teilen, von 31 bis 45. Inklusive das Buch von 1818, Erstveröffentlichung, das ist da auch mit bei. Und das ist schon ziemlich cool. Und die werde ich jetzt Stück für Stück mal mir reinziehen. Irgendwann ist noch, was weiß ich, Frankenstein trifft Dracula oder gegen den Wolfsmenschen. Ich weiß es nicht genau, was da alles noch mit bei ist. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich tatsächlich, außer die Sachen, die wir jetzt besprechen, weil ich brauche nicht über Lady Bird reden, über Planet der Affen im Kino, Star Wars Episode I natürlich im Kino. Aber das sind halt alles so Sachen, die es hier nicht wert sind, zu besprechen. Außer in Search of Darkness, die Horror-Doku. Ja, hast du ja angeschaut. Ja, also Teil 1 habe ich durch. Das sind 264 Minuten. Und in Teil 2 bin ich gerade drei Stunden drin. Da brauche ich noch ein bisschen. Und Teil 3 kommt dann auch noch. Genau, ist auch nochmal so lang. Teil 3 sind sogar 372 Minuten. Die ist mega. Richtig krass. Also es ist das volle Horror-Brett, das volle 80er-Horror-Brett. Teil 2 jetzt spezialisiert sich sehr auf Effekte, was natürlich, was ich und wir alle wahrscheinlich lieben. Und da gibt es einen eigenen Part für Robert England und auch, ja, wenn ich jetzt hier sitze, fällt mir der Name nicht ein. Wer heißt denn? Tom Savini. Verflucht nochmal. Tom Savini. Richtig, richtig cool. Kane Hodder ist viel dabei. Stuart Gordon. Also es ist wirklich ein Muss, wenn man irgendwie an Shudderrand kommt. Das Witzige ist, dass die halt Sachen zeigen, die bei uns immer noch auf dem Index stehen. Genau, genau. Und auch in der deutschen Fassung, die ja gekürzt ist, aber immer noch lang genug geht und auch immer noch übelst brutal ist, aber einfach auch durch diesen aufklärerischen Making-of-Aspekt dann fürs Fernsehen dann freigegeben wurden. Aber da sind Sachen drin, wo du denkst, oh, naja, das ist wirklich, wenn ihr das jetzt hier zeigt, könnt ihr das eigentlich auch so zeigen. Ja, also ich weiß gar nicht, wo man das in Deutschland gucken kann, weil mir wird nur, es lief Frankreich, Australien, UK, USA. Ne, ich hatte es im letzten Cast, glaube ich, gesagt, ich habe es auf der Festplatte und zwar lief es bei Sky. Ah ja, genau, stimmt. Ja, ja, Sky wird bei Letterboxd mir hier nicht angezeigt, weil ich das nicht habe. Aber das ist auch ein bisschen abgespeckt, also die haben da schon ein bisschen was jetzt nicht irgendwie gecuttet, sondern sie haben es einfach generell so ein bisschen gekürzt. Aber da, warte mal, es sind vier Teile, aber die gehen auch ziemlich lang. Auf jeden Fall zu empfehlen. Also ich habe Gott sei Dank Verwandtschaft in London, die hat dann über ihre Kreditkarte mir einen Account gemacht. Das ist schon ziemlich geil, ja, definitiv. Gut. Werner, hast du noch irgendwas? Was ich bei uns vielleicht noch ansprechen könnte, wäre Sting. Der startet zwar erst nächsten Monat, aber der wurde bei uns in der Sneak Preview gezeigt. Und so ein Spinnenhorrorfilm passt ja eigentlich zu den Cannibals, kann man sagen. Daher würde ich da noch ein paar Worte zu sagen, denn der hat Spaß gemacht. Cool. Der war richtig cool. Also da denkt man normalerweise, das ist ein purer Spinnenhorror oder etwas dergleichen. Nein, der Film hat Witz und Humor. Den kann man sich echt gut anschauen. Also ich habe ihn auch gesehen und ich muss sagen, es gibt eine deutlich bessere Alternative und zwar Infested. Ich dachte, du sagst jetzt Big Ass Spider. Nein, den finde ich auch geil. Oder Lavandula. Aber Infested hat mir besser gefallen als Sting. Weil bei Sting finde ich, die Idee ist geil. Es wirkt auch was Neues und du verbaust auch eine kleine Verbindung zu der Spinne auf, finde ich. Okay. Durch diesen Punkt, Punkt, Punkt Aspekt. Aber da fehlt mir die Fahrt und der nimmt zwischendrin einfach ganz viel Fahrt raus, wo es ist eher um die Verbindung zwischen den Eltern und alles. Das war mir so ein bisschen zu wenig. Das macht Infested, finde ich, deutlich besser. Da liegt der Aspekt wirklich auf dem Terror und der ist auch härter. Und das Geile ist, dass das einer der Regisseuren ist, der unter anderem den neuen Evil Dead dreht. Und ich finde, der macht mit dem begrenzten Budget und mit den Schauspielern macht der Infested ganz viel richtig und baut auch eine richtig ätzende Atmosphäre auf. Ist halt Franzose, auch mal wieder was Geiles. Also den fand ich deutlich besser. Auf Arachnophobia bin ich natürlich auch gespannt aufs Remake. Ja. Ach, ja, das kann so oder so ausgehen. Aber ja, gespannt bin ich trotzdem. Ja, das klingt doch gut. Ja, Infested wollte ich auch noch schauen, ja. Also den kann ich echt nur entnehmen. Der ist, da hätte ich mir zwar auch ein paar Sachen ein bisschen anders gewünscht, aber ich war mit dem natürlich vollkommen zufrieden und man muss einen kleinen Abstrich machen bei den Spinnen ab und zu, weil die dann schon teilweise, naja, animiert sind und wenn es dann so Richtung, es wird heller, es spielt alles viel eher so im dunkleren Bereich, da ist es okay. Wenn es hell ist, dann siehst du halt, ah, es ist ein bisschen nicht so mega geil animiert, aber trübt den Spaß, finde ich trotzdem nicht. Also das war für mich einfach der Bessere. Ja, sehr schön. Und ich sitze hier und habe beide nicht gesehen. Aber ich bin gespannt. Okay, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, mit den Sachen, die wir gesehen haben und starten mit dem Born to Kill. Yes. Also so etwas wie Expendables 2 zum Beispiel, da fand ich ihn super als Bösewicht. Aber abgesehen davon kenne ich ihn höchstens durch den ein oder anderen Direct-to-DVD-Film, wo er nicht wirklich bleibenden Eindruck hinterlässt, muss man sagen, in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Das tun sie ja alle nicht, ne? Unsere ehemaligen 80 Stars, das ist einfach so. Bei mir ist Van Damme, also hauptsächlich tatsächlich, ich hab, das passt ja dann auch zu Last Comité, zu dem wir dann auch noch kommen, bin ich auch gar nicht so krass bei Van Damme mit drin. Also ich hab mal geguckt, ich dachte, ich hab ein bisschen was von ihm gesehen. Aber das ist tatsächlich auch nicht viel. So. Und ja, in Expendables 2 fand ich ihn ganz cool. Und über Bloodsport müssen wir, glaube ich, nicht reden, oder? Nee. Also, nö, können wir eigentlich bei Comité dann mit reinwurschteln. Aber grundsätzlich mag ich ihn. So. Wenn's so in Richtung, was weiß ich, Universal Soldier geht oder was gibt's hier noch? Time Cop oder so, ne? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich einfach das Glück hatte, in der Hochzeit der Stars, so Mitte der 90er, auch in die Kinos reingegeifert zu sein, einfach weil das halt eine Ikone war. Also wenn ein Van Damme-Film lief und du wusstest, okay, da könnte ich Chancen haben, vielleicht doch mich irgendwie reinzuschmuggeln, dann hast du das getan. Ja. Na, okay. Ich hab natürlich viele Lieblings, also Kickboxer hab ich jetzt, ich kenn doch die Riesen-Papp-Aufsteller, aber da war ich natürlich auch zu jung, der war damals ja auch schon ab 18. Da bin ich nicht reingekommen, aber das ist so einer, den ich sehr mag. Klar, Hard Target, den hab ich auch im Kino gesehen. Double Impact, den nett, aber den mag ich auch sehr. Maximum Risk, so einer von den, in Anführungsstrichen, neueren, der mir auch noch viel Spaß gemacht hat. Aber ja, auch er ist halt so in diese Bulgarien-Ecke abgetaucht und hat versucht, da teilweise wirklich, also er kann schon ein bisschen schauspielern, was man in JCVD, finde ich, ganz gut gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr denkt. Nee, hab ich nicht geguckt. Da spielt er sich selbst. Der hat eine richtig coole, überlängere, ich glaub, die geht 10 Minuten, so eine Beicht-Szene, wie er halt einfach seine Karriere aufarbeitet und auch zeigt, was damals war klar, hat er Drogenprobleme gehabt und aber das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also da hat er echt gut gespielt. Und klar, dann, glaub ich, Expendables 2 war so mit ein kleiner Lichtblick und man hat gedacht, naja, vielleicht hilft das auch ihm, aber es hat ihm leider auch nicht geholfen. Ja, und dann gab's ja noch Universal Soldier Day of Reckoning, ne? Der ist ja auch gut angekommen grundsätzlich. Also deutlich besser als viele von seinen anderen Filmen. Ja, was für Universal Soldier. Und wo Scott Adkins neben Lundgren und Van Damme mitspielt ganz oben. Hab ich leider nicht gesehen, aber schon ganz lange auf der Liste. Ja, der ist brutal, aber der hat zwischendrin so diese psychedelischen Sachen, die mir persönlich nicht so gefallen haben. Der Anfang ist, es gibt eine gute Sequenz, da siehst du es aus den Augen eines Protagonisten und dann passieren Sachen, das fand ich sehr, das fand ich cool. Das haben sie echt gut hingekriegt. Aber da ist dann halt auch wirklich irgendwie dann, oh nee, wo du da sitzt und denkst, das muss jetzt nicht sein. Das ist mir tatsächlich dann auch zu blöd gemacht gewesen. Ja. Ich liebe den ersten immer noch, der ist immer noch super, aber so die nachfolgenden fand ich eigentlich nie so dolle. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, ist er ja zurück und zwar noch ein paar Daten. Der geht 109 Minuten, hat eine FSK ab 16 und erscheint jetzt am 21.05. Sollte eigentlich früher erscheinen, wurde zwei Wochen nach hinten verlegt. Ich habe jetzt nichts gefunden, warum. Und wurde gedreht von James Cullen Brasek, der Killing Fields, Fortress, beide mit Bruce Willis, ich muss leider sagen, verbrochen hat. Aber worum geht's? Das darf der liebe Till erklären. Es geht um Russell Hatch. Das ist Van Damme, der war mal, soweit ich weiß, dass ich das richtig verstanden habe, bei Interpol und zumindest war er in einer dicken Organisation und hat dann seine Frau bzw. seine Beziehung verloren, weil sie gestorben ist. Die wurde getötet von fiesen Gangstern. Es geht um die koreanische Mafia und Gangstertum und die russische. Und dann hat sie ihn darum gebeten, auf den Sohn aufzupassen. Zwei Jahre später. Natürlich passt er auf den Sohn auf. Natürlich macht der Sohn scheiße. Und der Sohn ist zufällig auch verwandt mit dieser großen Mafia-Familie. Und die wollen ihn in die Familie einführen. Und Van Damme möchte das aber nicht. Und das ist es im Endeffekt. Er muss dafür sorgen, dass es dem Jungen gut geht. Er versucht, den halt zu retten. Mehr oder weniger. Richtig. Vielen Dank. Hattet ihr irgendwelche Erwartungen? Nö. Null. Überhaupt nicht. Das war auch so, ich hatte das vorhin in die Gruppe geschrieben. Immer als es hieß, der Termin klappt nicht, dachte ich mir, okay, ich muss ihn noch nicht gucken. Der Termin klappt auch nicht, okay, ich muss ihn noch nicht gucken. Und dann habe ich ihn, als der Termin feststand, immer wieder vor mir her geschoben. Gestern angefangen, eingepennt und heute dann zu Ende geguckt tatsächlich. Bei mir war es ja ähnlich. Du hast ja geschrieben, du bist gerade noch dran. Habe ich gesagt, jo, ich habe ihn auch bis zum letzten Ende aufgeschoben. Ja, ist wirklich so. Ja, man muss auch sagen, ich finde Born to Kill ist der absolut falsche Titel und weckt Hoffnungen an die Bay-Movie-Van Damme-Fans, die dann denken, ja geil, jetzt geht es endlich wieder los. Da finde ich den Originaltitel Darkness of Man tatsächlich passender und Erwartungen hatte ich keine. Genauso wie ihr, weil ich habe wirklich in den letzten Jahren bis auf seine Serie, die fand ich noch ganz okay, aber waren die Filme halt auch eher belanglos bis unterirdisch schlecht. Also ich hatte Erwartungen im Sinne von, dass das der Nachfolger von dem Actionfilm aus der letzten Ausgabe wird. Wie hieß der, Born to Kill Man? Ach, der mit Lundgren. Genau, richtig. Und da habe ich gedacht, das ist einfach der geistige Nachfolger in dieser Ausgabe. Wirklich so. Ja, wobei man sagen muss, dass der Van Damme noch fit ist. Alter, ja. Der kann ja auch, der läuft ja auch noch nochmal. Starkst nicht wie ein Storsch durch die Gegend. Das stimmt. Ja, der hat sich gut gerücken. Ja, finde ich auch. Gut, was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, dass der Film versucht, in die Richtung Film-Noir zu gleiten. Wie haben euch diese Anteile gefallen? Das ist das, was mich am Anfang nicht, aber dann später immer mehr gestört hat. Sie haben es einfach übertrieben. Und fand ich, das war, also zu allem musste es irgendwie einen bedeutungsschwaren Satz geben. So an sich mag ich das ab und zu mal ganz gerne. Aber dann irgendwie, wenn er dann die Waffe in die Hand nimmt und ah, willkommen zurück, mein alter Freund. Und da dachte ich mir, ja, Mensch, jetzt aber auch mal gut. Also war mir ein bisschen zu viel, weil an sich finde ich es eigentlich ganz okay. Nee, allgemein war es zu viel Gerede. Nicht nur, was die Sprüche angeht, sondern allgemein, was gesprochen wird. Das ist in meinen Augen einfach viel zu viel. Und für das, was dieser Film erzählt, ist es inhaltlich einfach viel, viel zu wenig. Also das war nichts, was das angeht. Ja, normalerweise stehe ich tatsächlich drauf. Also ich mag es, wenn es versifft ist, wenn es dunkel ist, wenn es dauernd regnet. Aber auch hier ist es, wie ihr schon gesagt habt, einfach viel zu viel. Und er hat, ich muss es einfach sagen, nicht die schauspielerischen Möglichkeiten, zumindest unter diesem Regisseur, das auch wirklich glaubhaft rüber zu bringen. Sondern es hat mich auch irgendwann angefangen, so dermaßen zu nerven. Und vor allem, was mich wirklich gestört hat, ist, schon nach den ersten zehn Minuten, warum müssen alle Helden mittlerweile so abgefuckt sein? Ja, weil das halt im Moment angesagt ist. Ich glaube, das ist einfach der Grund, ja. Damit die Zuschauer connecten können. Also ich mochte das schon bei Logan nicht. Oh, was? Ich will weder Logans so am Arsch sehen, noch Professor Charles Xavier aka Hot Wheel, der sich da im Bett wie ein Demenzkranker rumwühlt. Das will ich nicht. Bin da kein Freund von. Und ja, wie gesagt, das ging mir auch bei Indy auf die Nerven. Ich verstehe nicht, warum man das mal so machen muss. Das ist auch hier bei Salah, der dann auf einmal in, ich glaube, Brooklyn oder irgendwas Taxifahrer ist. Ich finde das immer blöd. Ich hätte es gern knackiger. Knackig ist der richtige Begriff, gerade bei der Lauflänge. Eine Stunde, 49 Minuten, das ist auch das Gegenteil von knackig. Ja, wie fandet ihr den Aufbau der Story von Born to Kill? Weil ich meine, es dauert ewig, bis es wirklich losgeht. Der hängt die ganze, also wirklich 40 Minuten und das ist nur, ich bin so fertig, ich sauf so viel, ich nehme so viel Drogen. Und ich passe auf die Kinder auf. Ja, also der Aufbau, das Intro quasi, das fand ich gut. Den Aufbau selber, bis es losgeht, das war definitiv zu lang, ja. Das Intro, das war noch ganz nett, da gebe ich recht. Fand ich auch. Das stimmte. Ja, und der Junge hier, der Jaden, hieß er Jaden? Ja. Da, der war nicht gut, ey. Also ich muss zugeben, niemand, der da irgendwie mitgespielt hat, fand ich irgendwie brauchbar. Ja, sie haben auch tatsächlich so ein paar alte Eisen nochmal reaktiviert. Also Shannon Doherty spielt ja noch mit, Christina Loken spielt ja mit, Sinter Rothrock haben wir jetzt auch wieder als Krankenschwester. Und Eric Roberts für eine Sekunde, wie er sich einen Taco holt. Und dann sonst nie wieder auftauchen. Ich habe ja vorher bei den Credits gesehen, dass Shannon Doherty dabei ist. Wer war sie denn? Die FBI-Agentin. Gott, ich hab die... Nee, Quatsch, Quatsch, nee, 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 halt. Shannon Doherty war das, das war doch die Lehrerin. Die Vivian. Genau. Ich hab den doch heute geguckt, ist mein Hirn irgendwie zerfressen. Ja gut. Ja, aber ich hab auch Van Dammes Söhne nicht wirklich erkannt, die spielen ja auch mit. Da hat er ja schon wieder so einen kleinen Til Schweiger-Move eingebaut. Jippie. Da ist ja Nikolas und Christopher dabei. Nikolai und Igor spielen. Da hab ich auch die nicht wirklich erkannt. Ja. Aber ja, es dauert halt ewig, bis da wirklich was passiert. Und das ist halt alles vorher irgendwie nicht groß interessant. Also du hast eine Bierdeckel-Story aufgebauscht auf 110 Minuten. Ja. Kommen wir eher mal jetzt zu den... Ab Minute 40 geht's ein bisschen rund. Und wie fandet ihr die Action? 0815. Totaler Standard. Ja. Da gab's wie schon bei den Schauspielern einfach nichts, was irgendwie hängen geblieben ist, hervorgestochen ist oder etwas dergleichen. Es sah zwar sauber inszeniert aus, also die Schusswunden, das Blut und so etwas. Das war sauber gemacht, aber im Grunde absoluter Durchschnitt. Also vielleicht sogar teilweise ein bisschen Unterdurchschnitt, weil man das ja inzwischen so oft gesehen hat. Da gibt es rein von der Action her absolut gar nichts, was irgendwie in Erinnerung bleibt. Zumindest nicht bei mir. Ich fand es leider... Also ich hab's mir fast gedacht, weil auch Van Damme ist nicht mehr der Jüngste. Es war mir ein bisschen zu wild geschnitten. Also zu viel geschnitten. Weil die Schläge an sich waren wuchtig. So, das Van Damme kann noch austeilen. Und grundsätzlich die Szene im Auto gefilmt und Van Damme prügelt sich außen. Das wäre eine richtig geile One-Take-Szene, wo die Kamera einfach 360 Grad geht. Das wäre wie gemacht dafür. Aber nun, leider nicht. Das ist tatsächlich eine der... Also das ist wirklich eine Kampfszene, wo ich gedacht hab, hey geil. Wie du schon gesagt hast, da hätte man mehr draus machen können, weil das gar nicht so schlecht aussah. Zwischendrin hast du so ein bisschen gewackelt noch und das ist alles nichts Halves und nichts Ganzes. Ja, das fand ich auch. Aber dafür kann er noch gut snipen, ne? Er kann ja Gott sei Dank nicht. Ja, das war noch das Beste an der Action. Also die Sniper-Szenen, die hatten auch noch ein bisschen Impact. Ja, vor allem wenn man... Ich meine, wer möchte nicht sehen, wie man aus drei Zentimeter Entfernung mit einer Sniper einen Kopf wegpustet. Das muss ich sagen. Also es gibt schon... Also die Call of Duty-Generation würde ich gerne sehen. Ja, richtig. Das ist schon... Das fand ich ganz cool, ja. Damit sollten sie Werbung machen. Ja, aber ich finde, das entschädigt irgendwie gar nichts. Auch die Story, das ist alles so irgendwie zusammengeschustert und es war schon... Also jetzt nicht so, dass ich kurz davor war auszumachen und gedacht, oh Gottes Willen. Aber es geht auch deutlich besser. Also selbst im B-Bereich, finde ich. Ja, also wir bewegen uns hier wirklich schon Richtung C-Bereich. Ich weiß nicht, für sein Comeback hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Ich denke, mit einem anderen Regisseur wäre das vielleicht auch besser gewesen. Was weiß ich hier, Jesse Van Johnson oder so. Ich habe genau an den gedacht, ja. B-Movie-Action. Der könnte den vielleicht nochmal ordentlich in Szene setzen mit einer noch minimaleren Story. Einfach nur Rache und auf die Fresse, dann wäre ich dabei. Und wenn es gut aussieht auch. Aber dieses Pseudokünstlerische und dann, ah, wir müssen jetzt noch abgefuckter und dann, komm. Vielleicht hätte Dolph Lundgren hier die Regie übernehmen sollen. Ja, dann... Aber nur die Regie. Ansonsten haben wir ein paar geile What-the-Fuck-Momente, finde ich. Also Sticky Fingers, das muss ja auch immer ein Rapper dabei sein. Natürlich. Das ist dieser absolut, ich bin kein Kopf aussehende Typ, der immer eine Sonnenbrille trägt, obwohl du selbst auf dem Bildschirm kaum was siehst. Ja, aber der ist absolut sehr dunkel, ne? Und der hockt immer mit Sonnenbrille drin. Ja. In der Bar. Ich bin undercover und keiner erkennt mich. Da habe ich gut gelacht. Und was der absolute Oberknaller war, ist, wie Van Damme sich in ein Auto reinschmuggelt, nett in den Körperraum, sondern er setzt sich einfach mit auf den Rücksitz und keiner merkt's. Das stimmt. Das ist so bescheuert. Ich habe da an mir selber gezweifelt. So nach dem Motto, was habe ich hier verpasst? Was verstehe ich hier gerade nicht? Das ist aber so offensichtlich dumm, dass auch die Drehbuchautoren, die müssen sich einfach ins Fäustchen gelacht haben. Sag mal, guck mal, das machen wir mal. Das ist so dumm. Er setzt sich in Sonnenbrille auf und dann geht's ab. Deswegen, das fand ich so dumm, das ist halt charmant. Das hat mir irgendwie gefallen. Ich habe mir die Szene, glaube ich, drei oder vier Mal angeguckt und dachte, ich muss irgendwas verpasst. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Aber nein, er setzt sich tatsächlich einfach mit der Sonnenbrille rein. Okay, ich bin jetzt Teil der Gang. Und dann haue ich euch aufs Maul und keiner merkt's. Ja. Das hat mich echt fertig gemacht. Das stimmt. Okay, soll man noch ein kurzes Fazit abziehen? Ja, ich glaube, jeder Van Damme-Film-Fan guckt ihn sich eh an, ne? Das ist so ein Komplettisten-Film, finde ich. Durch diesen Comeback-Aspekt warten da schon viel Leute drauf. Ja, und kleiner Spoiler, es ist zumindest jetzt schon der, für mich, der schwächste Film von all dem, was wir besprechen. Ja, da bin ich voll bei dir. Das heißt, es gibt noch den Schlimmsten-Hammer hinter uns. Gut, bei mir war es genauso. Also, definitiv, als wenn dann auf absolut kürzer, bitte keine Abfuck-Momente mehr. Ein bisschen ist in Ordnung, aber nicht übertreiben. Ja, mit einem anderen Regisseur, okay, er kann's schon noch. Aber Born to Kill war leider nicht so dolle. Und als Alternative, guckt euch die 80er, 90er-Filme an, damit habt ihr deutlich mehr Spaß. Richtig. Ja, also der Film, der ist eins zu eins genau das, wenn du dir die Zutaten anschaust. Du siehst Direct-to-DVD, du siehst das Cover, du siehst die Lauflänge und du siehst, was das eben für einen Inhalt hat. Und wenn du dir das alles zusammenreimst, dann wird dieser Film genau diese Enttäuschung sein, die man dann erwartet. Gut, dann kommen wir zum nächsten, und zwar deutsch-amerikanisches-bulgarisches Fratzengeballe. Gefühlt kam in den 80ern, 90ern jede Woche ein neuer krasser B-Movie-Klopper in die Videothek. Versteckt hinter roten Vorhängen und dichten Kippenquallen, ja, da wurde noch geraucht und zwar ordentlich. Vorbei an Porno Harry und Co., die Männer mit den langen Trenchcoats, die immer in den verruchten Ecken standen, auch im Sommer. Ging es dann zu Richard Norton, Lauren Everton, Billy Blank, Cynthia Rothlock und anderen neuen Abenteuer. Escort, Cannon P. und so weiter, alle hatten da ihren Spaß dran, auch als Vertriebsfirma. Das war immer so ein Moment, wo man gedacht hat, okay, Cannon, das kann nur gut sein. Ja, als bekannt wurde, dass es ein Fanprojekt gibt, das durch Crowdfunding und Kickstarter finanziert wurde, wurde für etwa 1,2 Millionen mit Kurt McKennie, Karate-Tiger 1, Matthias Hüß, Karate-Tiger 2, Dark Angel, Billy Blanks, Karate-Tiger 5 und andere, Cynthia Rothrock, den Greasy-Brüdern bekannt aus Kickboxer und Leon, Mattis Landwehr, Lasco, die Faust Gottes und Bolo Youngson und noch diversen anderen mit der Musik von Stan Bush und Paul Herzog, von Bloodsport und Kickboxer, bekam ich feuchte Hände, ging es euch auch so oder kennt ihr bis auf die ganz Bekannten keinen von denen? Letzteres ist bei mir der Fall, also bis auf die Bekannten bin ich da eher raus gewesen. Bei mir war es 50-50, das Ding, der eine oder andere, auch wenn, also wenn mir die Namen nichts sagen, ich meine mich erinnern zu können, ein paar Gesichter früher schon mal gesehen zu haben, aber der eine oder andere hat sich ja vielleicht ein bisschen versucht zu verschönern im Gesicht. Deswegen habe ich versucht zu erahnen, wen ich da sehe, aber ja hier und da sind das halt Gesichter, die ich kenne. Bei mir ist es so, ich habe gerade so, na gut, ich bin 89er Jahrgang, Ende 90er, Anfang 2000, ich habe mir einfach immer Kabel 1 oder Vox oder was reingezogen, bis ich blöde wurde, aber ich weiß halt nicht, was ich geguckt habe. Das ist mein Problem. Deswegen kann ich das nicht genau sagen, aber ich habe viel von diesen Kampfsport-B-Movie-Sektor-Filmen geguckt, aber frag mich nicht, wie die hießen. Deswegen, die Gesichter kamen mir bekannt vor, aber ein großer Brei. Ja, okay, gut, bei uns war es wirklich halt so, da bist du mit einem, also von einem Kumpel von mir, dessen Vater, der hatte ich da mir mitgenommen in die Videothek, die kannten den schon und dann, klar, an den Pornos straight vorbei und an den komischen Herren, die da rumstanden. Die hast du jetzt immer auf vielen Börsen, die stehen da auch bei den Pornos. Ist es halt wirklich so, das war halt mega, der ist da hingegangen und da hast du wirklich, zack und hier, neuer Rothrock und ah, guck mal hier und dann hast du gesagt, ah, können wir vielleicht den auch ausleihen, ich spiel ins Geld. Ja, ja, klar, nehmen wir mit, alles klar, los geht's. Manche waren auch noch Cut, das ist mir dann immer Jahre später aufgefallen. Manche aber auch ungeschnitten. Ich hatte damit immer mega halt meinen Spaß und das war bei uns, war bei uns einfach Gang und Gebe, dass dann irgendwann gesagt hat, ich hab das und das zu Hause liegen, auf geht's. Aber worum geht's hier? Und zwar, es geht um The Last Committee, der am 16.05. jetzt offiziell erscheint, geht 105 Minuten, hat eine FSK 18 und hat neben den BC-Recken und Reckinnen auch noch einen interessanten Regisseur und zwar Ross Clarkson, der der Chefkamera-Mann war, bei Undisputed 2, 3, Ninja, auch halt diverse Actioner mit abgefilmt hat und natürlich auch der Weiße Hai in Venedig. Natürlich. Gut, worum geht's kurz und knapp? Michael Rivers muss in einem gnadenlosen Turnier kämpfen, um seine Tochter zu befreien. Mehr ist es nicht. Ja, das ist eine einfache Prämisse. Einfache Prämisse, genau. Da ist schon alles, alles gesagt, was geht. Ich fang mal mit meinen Erwartungen an, die waren gemischt. Auf der einen Seite dachte ich, okay, Crowdfindung 1,2 Millionen ist zwar ein geiles Line-Up und könnte auch einen wirklich guten Soundtrack machen, aber als ich den ersten Trailer gesehen hab, hatte ich zwischendrin tatsächlich, wir drehen im Pfälzer Wald-Vibes. So diese Ruinen und so, da dachte ich, das sieht nicht so dolle aus, aber natürlich war das Fanherz erfreut, dass überhaupt sowas zustande kam. Da dachte ich, na gut, machst du halt diesmal ordentlich Abstriche. Ja, und klar, mit dem Cast und so dachte ich halt auch, ja, okay, Matthias Hüsten, ja, ist noch fit, bin mal auf Kurt McKinney gespannt. Und auf Bolo Youngs Sohn, auf den hatte ich mich tatsächlich auch gefreut. Und ja, also ich war wirklich auch 50-50. Wie war's bei euch? Ich hatte aufgrund des Mediabooks Interesse an diesem Film, weil ich bin ja großer Sammler, was Steelbooks, Mediabooks angeht. Und das von The Last Cure mit wurde schon öfter gepostet, hab ich öfter gesehen und dachte ich mir, okay, Cover sieht cool aus. Ich bin ja eh ein großer Fan von MMA, UFC, Wrestling und so etwas. Da kann man mich voll mit catchen. Und dementsprechend war mein Interesse geweckt. Ich hab mir aber keinen Trailer angeschaut und bin da einfach nur als Kämpfer-Fan mal reingegangen. Ja, bei mir war's ähnlich. Also ich hab auch gedacht, also ich hab vorher viel Werbung bei Kino Plus gesehen oder gehört. Ich hör das meistens. Und da war der Executive Producer hier, Sean David, der war immer mal wieder da und hat erzählt. Und das war wirklich so leidenschaftlich. Und da dachte ich mir, okay, du weißt, worauf du dich einlässt. Die sagen selber, worauf man sich einlässt. Und zwar dieses 80er, 90er Feeling zurückbringen im B-Movie-Sektor. Dann gehst du nicht wie in Furiosa und erwartest den nächsten Fury Road, sondern erwartest du einfach das Level aus den 80er und 90ern. Und das musst du haben, dieses Mindset. Und so hab ich versucht, daran zu gehen, ja. Ja, man muss es einfach sagen, das ist ein Fanfilm. Ja, ja. Von Fans für Fans. Ich glaub auch nicht, dass der Rest der normale Schauer da sich irgendwie was rausziehen kann. Ich glaub halt wirklich, wenn du so 80er, 90er Karate-Tiger-Fan bist, dann denkst du, oh geil, genau das will ich haben. Und das erwartet man. Ich hatte nach fünf Minuten, war ich sichtlich erregt. Weil ich dachte, nee, geil, geile Mucke, bist sofort in den 80ern, geile Schriftzüge, so muss es sein. Und das sah auch wirklich gut aus, so die Amerika-Szenen, der Anfang. Das einzige Problem, was ich, also es gibt einige Probleme, finde ich, aber ein großes Problem ist, ich finde, Mattis Landwerk gehört da nicht hin. Ja, stimmt. Ich hab da echt meine Probleme. Ich mag den, also der kann was. Ich möchte auch seine Leistungen hier um Gottes Willen nicht irgendwie unter den Scheffel stellen. Aber ich finde, den als Held da reinzusetzen, der hat für mich einfach nix, nix gehabt. Der passt nicht so, weil er ist als Hauptcharakter, hat er nicht das Ikonische, was die anderen haben, ne? Das hat mich auch gewundert, tatsächlich, warum die den genommen haben. Ich meine, seine Physis ist unfassbar beeindruckend, aber ja, es hat mich auch, also ich weiß nicht, also das ist der, hier dieser super Schurke hier, Draco. Der zum Beispiel, das ist ja auch keine 80er, 90er Perle, sondern der ist jung und den kannte ich zumindest nicht. Das ist ein Wrestler, so viele Schwarz. Ja, und der war so, ja, alles klar, der kann da locker mithalten, weil der war so stumpf und so drüber. Da dachte ich mir, geil, das passt. Aber so der Hauptcharakter, der so ein bisschen, zumindest noch so ein bisschen was in uns, ja, auslösen sollte in dem Film, da hätten sie vielleicht wen anders wählen sollen, ja. Also ich war selbst bei dem Draco nicht wirklich invested, muss man sagen, also. Ne, überhaupt nicht, aber der passt halt zu dem Rest. Ja, von der Statur her mitunter, ja, aber so als ultimativer Endgegner, als Boss, als Zerstörer, das Einzige, was der Typ getan hat, war durch die Gegend posen und brüllen. Mehr hat er nicht gemacht. Da dachte ich mir, echt jetzt? Das war's. Also Statur ist ja schön und gut, aber mehr als sich hinstellen, mal kurz ins Publikum brüllen, war er nicht bei dem. Und das wäre mir viel zu wenig, um da irgendwie so Spannung aufzubauen im Sinne von, ja, ich kann's kaum abwarten, bis die aufeinandertreffen. Und boah, das wird episch, dann einfach nur, ja, der schon wieder. Ja, da mit dem hatte ich auch so ein klein bisschen zu kämpfen. Ich fand zwar den ersten Satz, wenn er reinkommt und sagt, ich töte euch alle, dachte ich, okay. Alles klar. Das passt. Alles klar. Aber ja, der hat halt auch keine, ja, wie du schon gesagt hast, da fehlt so das, der war nicht wirklich bösartig und hassenswert. Also sowas jetzt wie zum Beispiel, den kann man hier ganz gut bringen, weil ja auch die Quisi-Brüder mitspielen. Tong Po, das ist ein Willen von damals, an den erinnerst du dich. Und da ist halt auch so der, auf den Shodan komme ich später zu sprechen, aber das ist halt auch was, das kannst du dir merken. Draco, vergisst du bitte. Das ja. Ich weiß, es werden viele Leute wahrscheinlich sagen, ja, aber das ist ja Fanliebe, da haben ja ganz viele Schauspieler und ganz viele Leute damit, oder fast alle, die damit gewirkt haben, wirklich auf Teile der Gage ordentlich verzichtet. Ja, aber ich finde trotzdem, das entschuldigt nicht alles. Nein, nicht alles, auf gar keinen Fall. Okay, gut, das Blöde ist jetzt, wenn ich anfange und sage, Kurt McKinney hat mir wirklich gut gefallen, mit dem, kennt ihr gerade Tiger 1? Ja. Ja, okay. Okay, ich fand's überraschend, wie groß sein Part war und von dem ganzen Cast hat er mir tatsächlich noch mit am besten gefallen. Geh ich so mit. Ja, das war so ein Sympathieträger. Der hätte zum Beispiel vielleicht die Hauptrolle machen können. Das fand ich auch, das war echt ein Sympathieträger, hat mir gut gefallen, auch in die Chemie, in diesem Dreiergespann, beziehungsweise er mit der Frau, das fand ich cool. Aber da hört's dann auch schon fast wieder auf mit dem Positiven, muss ich zugeben. Der Rest hat mich hier wirklich, ich will nicht sagen enttäuscht, weil die Erwartungen nicht wirklich hoch waren, aber auch nicht sonderlich gut unterhalten. Und woran ich mich am meisten gestört habe, ich sag's jetzt einfach mal frei raus, war die Kameraführung und die vielen Schnitte dazwischen. Also gefühlt gab es nach jedem Punch, nach jedem Schlag, nach jedem Kick einen Cut. Und man hat gewechselt und wieder gewechselt. Da ist es überhaupt nicht zu einem Flow gekommen in diesen Kämpfen. Und das hat mich total aus der Action rausgerissen. Also die Kameraführung an sich fand ich ganz gut, manchmal ein bisschen zu wackelig, aber mich haben die Schnitte tatsächlich gewundert. Gerade, ja, haben wir bei Van Damme schon gesagt, klar, wenn da irgendwelche älteren Leute kämpfen, aber das war, Kampf selber waren das ja auch oft junge, fitte Kämpfer oder Schauspieler. Und da hätte ich mir wirklich die Ausführungen besser gewünscht, dass der Schlag durchgezogen wird und nicht ausholen, Schnitt, Schlag, Schnitt, umfallen. Das war ein bisschen schade. Ja, es wäre ja schon. Also es war zu häufig. Genau, es wäre ein Pluspunkt gewesen, wenn man zumindest zwei Angriffe gefilmt hätte vor dem nächsten Schnitt. Also nicht ein Schlag, Schnitt, ein Schlag, Schnitt, sondern Schlag, Schlag, Schnitt. Dass es zumindest ein bisschen einen Flow kriegt. Aber so war das absolut gar nicht. Es war nicht so hektisch geschnitten wie manch andere Filme heutzutage. Es war nicht hektisch geschnitten, aber zu viel geschnitten. Ja, ich finde auch, dass das teilweise wirklich so ein bisschen wie YouTube Shorts teilweise gewirkt hat. Du hast von dem Kampf dann gerade mal das Best-of irgendwie gesehen und es gab keinen richtigen, also selten, dass du halt wirklich gesehen hast, Gegner stehen sich gegenüber, so wie jetzt bei, wir nehmen jetzt einfach mal Platzwort als Beispiel. Und du hast dann so einen gewissen Aufbau. Vor allen Dingen haben sie halt ganz viel Charaktere und ganz viele Mitkämpfer, die dir nett gezeigt werden oder die einfach so auftauchen und die eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Du hast ja auch verschiedene Kampfstile. Der eine Typ macht dann auch so ein bisschen diesen Drunken Master, wo sie den auf einmal hergetaucht haben, weiß ich auch nicht. Das fand ich ganz cool. Muss ich meiner Frau dann mal schnell erklären, was das ist, warum ich jetzt gerade so kurz lache. Ja, Bolo Yangs Sohn zum Beispiel, der kommt gar nicht zur Geltung. Die lassen sie irgendwie komplett verschwinden. Und worauf ich eigentlich zuerst hin wollte, war die Trainingsmontage, worauf ich mich auch eigentlich ziemlich gefreut hatte. Und auch die ist teilweise gelungen und teilweise nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Also man muss auch sagen, dann Bolo Yang, Bolo Yang sage ich schon, Billy Blanks hat sein Depot aufgegeben und ist jetzt Hausmeister im Tempel und fegt den Boden. Und will natürlich dann helfen, dem guten Rivers zu gewinnen. Und trainiert mit ihm, aber auch nicht auf die klassische Art, wie man es kennt, dass man erst mal Spagat oder 5000 Runden rennen muss mit cooler Musik, sondern holt immer so in kurzen Abständen irgendwelche Kämpfer, die Rivers was beibringen sollen. Das funktioniert dann eine halbe Minute und dann kann er es und dann kommt der Nächste. Und das war mir sehr, das war mir alles irgendwie uninspiriert und eigentlich nett 80er, 90er Jahre würdig. Wie ging es euch da? Wurdet ihr motiviert? Habt ihr jetzt trainiert? Ich habe jetzt einen Körper, ich habe eine Mischung aus allen jetzt. Ich bin eine Maschine. Ich war in Gedanken da bei was anderem. Ich war in Gedanken nämlich wieder aus dem Film draußen, weil durch diese ganzen Trainingsessions hat sich diese Geschichte, dieser Ort nicht irgendwie bedrohlich oder ernst angefühlt. So nach dem Motto, wir entführen eure Frauen. Ihr müsst für uns kämpfen, sonst sterben hier Menschen. Also man baut da ja ein bisschen so Druck auf, sage ich mal. Und dann siehst du einfach, wie die Leute da durch die Gegend trainieren. Alles lockerlässig, total easy, chillipili. Und das wirkte einfach so lockerlässig, dass man irgendwie total aus dieser bedrohlichen, ernsten, düsteren Atmosphäre, die sie ja haben wollten, rausgerissen wird. Mhm, das stimmt. Ja, das fand ich auch so. Man erwartet ja keinen super Plot. Natürlich nicht. Aber wenn wir schon wissen, dass es im Endeffekt ist das, wo die sind, zwar sehr schön und idyllisch und romantisch, wie es aussieht, aber es ist eine Festung. Es ist ein Bunker, die dürfen zwar begleitet in die Stadt, aber entweder gewinnen sie das Komitee oder sie sterben. Und dann wirklich die Insider dann mit dem Hauptcharakter trainieren zu lassen, um zu wissen, wie man den Draco besiegen kann. Wobei es ja unser Oberschurke Ron Hall, der war ja, also das war dem ja extrem wichtig und es steckt extrem viel Geld dahinter. Das war schon so ein bisschen komisch, dass der Hausmeister dann frei trainieren konnte. Und Cynthia Rothrock alias Julie Jackson dann ihm auch so als ehemaliger Sensei ihn voll drauf trainieren kann, ihn zu besiegen. Das war schon so, hä? Das wirkt halt total nicht stimmig. Vor allem, sie holen sich doch diese besten Fighter der Welt, holen sie sich von überall und bringen sie zusammen, damit sie dort erst einmal trainieren können und sich verschiedene Kampfarten aneignen. Ja, was holt ihr sie dann, wenn die noch ewig alles lernen müssten? Das hat für mich in dem Sinne auch nicht Sinn gemacht. Ich meine, dass man sich fit halten muss. Okay, kann ich verstehen, aber dann noch irgendwie was Neues beibringen. Das Ganze wirkte einfach nicht stimmig. Ich höre mich vielleicht ein bisschen zu negativ an, aber das liegt einfach daran, dass ich bei der Thematik eben eigentlich richtig Lust hatte dann. Ich bin ja MMA, ich schaue mir UFC an, Kämpfe und so etwas ist genau mein Ding. Und dann eben zu sehen, wie so etwas, so eine coole Vorlage eigentlich dann irgendwie so kaputt gedreht wird, muss man wirklich sagen. Da hätte man so viel Cooles draus machen können. Bestes Beispiel Roadhouse bei Amazon, was jetzt zuletzt lief. Das ist so ein Kampffilm gewesen, der hat einfach Spaß gemacht. Der war jetzt auch nicht unbedingt clever, der war auch nicht unbedingt logisch, aber der hat Spaß gemacht. Und hier schmeißt du das Zeug zusammen und am Ende kommt nichts bei raus. Also wenig. Es kommt wenig bei raus. So will ich nichts sagen. Da würde ich tatsächlich, also in dem Punkt, also Roadhouse finde ich halt, naja, das kann man nicht so wirklich gut vergleichen, weil einfach das Budget hundertmal höher war. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde auch, man hätte ihn vielleicht ein bisschen kürzer machen können, weil er auch zwischendrin so ein bisschen Leerlauf hat. Und auch so ein paar richtig komische Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist, also ich stehe auf Blödsinn, aber das ist selbst mir ein Ticken zu viel. Wir kommen mal direkt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wie war es beim Showdown? War das für euch Showdown würdig? Nein, absolut gar nicht. Also ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt dieser große Moment und darauf haben wir gewartet und darauf haben wir hingearbeitet, sondern einfach nur, ja, ist halt der nächste Gegner. Ah, ist der letzte Gegner. Okay. Ja, das ist, dadurch, dass ich im Vorfeld mich schon relativ viel informiert habe und halt auch gesehen habe, wie doll die Filmemacher und Produzenten dafür brennen und das so sehr lieben, schmerzt es mir ein bisschen. Also er hat mir Spaß gemacht so und das Finale, das war auch so kurz und so, ja, es war halt nicht, es war halt einfach nur ein Kampf, es war kein Finale. Schade. Ich fand so den Moment, den du ja zum Beispiel jetzt bei Karate Tiga 3 hast, wo dann die Freundin wieder frei ist und er dann zuschlagen kann, diesen Motivationsschub, nachdem er ordentlich eins aufs Maul gekriegt hat, das war mir da auch viel zu wenig und der Kampf war zu kurz und er war nicht spektakulär, da waren die Zwischenkämpfe teilweise besser. Ja, das fand ich auch sehr, da dachte ich, oh schade, da hätte ich mir echt mehr gewünscht. Auch der Soundtrack, der mir persönlich gut gefallen hat, ich mag diesen 80er-Synthi-Motivations-Pop. Wie ging es euch da? Hat es euch gepusht? Ja, also die Musik, die hat dann schon so ein Retro-Flair ausgelöst und hat definitiv zum Film gepasst, zum Szenario, so dieser 80er-Style, 80er-Look, 80er-Feeling. Die Musik, ich glaube, da habe ich nichts dran auszusetzen. Ich auch nicht. Also diese weiten Shots, mittlerweile ja Drohne, wo sie auf der Mauer standen, natürlich ab und zu mal mit einem Bandana um die Stirn und dann die Mucke dazu, das fand ich voll geil. Das war so richtig so das, was ich auch von früher kenne. Egal was es ist, also lass es ein Karate-Kid sein oder lass es ein Kickboxer sein oder auch ein Rocky, der trainiert. Also da gibt es ja in jedem Jahrzehnt irgendwie solche Trainingsmontagen. Das fand ich einfach richtig geil. Und immer wenn das kam, dachte ich mir, ah ja, der Film ist richtig Hammer. Und dann gab es halt wieder so ein bisschen Leerlauf und die Inszenierung der Kämpfe, die mich dann wieder ein bisschen rausgeholt haben. Also das war genau andersrum. Also die Trainingsmontagen mit Mucke waren so, yeah, geil. Und die Kämpfe waren so, ah, haltet doch ein bisschen länger drauf und macht doch mal einen Schnitt weniger. Ja, ihr könnt das doch alle. Also A, der Kameramann kann das und B, 100 Prozent können die Kämpfer bzw. Schauspieler das. Das könnten die. Ja, genau so ging es mir auch. Also ich dachte auch, klar, natürlich wird an Bäumen trainiert auch teilweise, das muss auch so sein. Und ja, immer wenn die Mucke kam, dachte ich, ja cool, okay, gut, mir wäre zwar ein Tempel in Thailand lieber gewesen als ein Tempel im Hunsrück, aber okay, man kann nicht alles haben. Ja, passt schon, ist für die Kohle. Das ist immer so der Punkt gewesen, der mir immer so im Hinterkopf mitgeschwebt ist, bei jeder Sache, wo ich ein bisschen kritisiert habe, also wo ich gedacht habe, aufgeschrieben, okay, das finde ich jetzt nicht so toll. Ja, aber der hat ja nicht so viel gekostet und die machen das ja aus Liebe und da steckt ja auch viel Liebe drin, was man auch sieht. Aber ja, nein, das kann nicht alles entschuldigen. Und jetzt kommen wir mal zu, ich habe mir so drei Sachen rausgepickt, die ich echt ultra bescheuert fand, also auch, wo ich wirklich heftig gelacht habe. Das ist einmal als Kurt McKinney, der natürlich gesagt kriegt, hör zu, die Polizei gehört mir, du brauchst da eigentlich gar nicht hinzugehen, das ist totaler Bullshit. Er geht natürlich trotzdem und wird von einem der Quizze-Brüder verfolgt, der sich dann mit einer Zeitung in dieses Polizeiding reinsetzt, in dieses Polizeirevier und auf mega undercover tut. Mich bemerkt keiner und ich verfolge ihn. Und das hat mich so dermaßen an Inspektor Clouseau erinnert, dass es haben echt nur noch die Augen gefehlt. Weißt du, so die Zeitung ausgeschnitten, dass man mit den Augen gucken kann. Ja, aber ach Gott, und der läuft ihm ja wirklich, also, dass er sich nicht einhakt, ist wirklich alles. Also diese Verfolge war eine ziemlich panne. Dann fand ich die Kräuterhexe Jen, fand ich auch ziemlich witzig, die ihm dann immer irgendwelche Schlammpackungen auf seine Verletzungen macht. Ja, die alle nach Scheiße schlinken. Genau, die nach Scheiße schlinken. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum brauchen die einen verdammten Ringrichter, wenn doch der Verlierer sowieso stirbt und eh keine Regeln gibt, da brauchst du doch keinen. Vielleicht damit das Publikum einfach sich wirklich wie in einem richtigen Ringkampf fühlt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich meine, Hüß sitzt da wie Wolle Petri mit seiner richtigen geilen Mähne und entscheidet dann, ne, Hölle, Hölle, Hölle oder Hölle, Hölle, Hölle. Bisschen wie bei Gladiator, mit dem Daumen. Genau, aber am Leben bleibt eigentlich irgendwie keiner. Naja. Das stimmt, aber was ich gefeiert habe, war einmal das an der Nase ziehen über den Boden. Das fand ich, also das war wirklich schmerzhaft, muss ich sagen. Und das andere, die Szene, die total drüber war, die ich gefeiert habe, war das mit dem Auge. Das wollte ich noch ansprechen. Ja, ja, genau. Also das war ja, also das fand ich, da dachte ich mir, ja, das ist richtig dumm. Das finde ich geil. Das war so richtig drüber. Das hat Spaß gemacht. Das war so dumm, so dämlich, dass es schon wieder lustig war. Ja, und das ist halt auch sowas, was, das ist der Verdammt, der sich mit Sonnenbrille ins Auto setzt zu seinen Feinden, ist halt dieses, geil, wir machen das mit dem Auge. Das ist der Knaller. Das macht beim Schreiben bestimmt einfach Spaß. Das Einzige, was ich jetzt vor dem Fazit noch kurz ansprechen würde, ist das Thema Gewaltgrad. Denn von dem, ja, von dem Auge abgesehen, war da nicht allzu viel Brutales mit dabei. Es wird natürlich geprügelt, es gibt ein bisschen Blut, was hier und da mal spritzt, aber es war jetzt nicht so brutal, dass es irgendwie unterhaltsam war, sondern es hat zu spät angefangen mit dem Gewaltgrad und es war in meinen Augen nicht genug für diese Art Film. Ja, also die FSK 18 halte ich auch für übertrieben. Also da fand ich tatsächlich die Waffles from Brussels, Born to Kill, dann fand ich den wirklich härter und der ist ab 16. Und ich meine ja hier zum Beispiel Kill Bill 2 ist doch auch ab 16, da wird auch ein Auge richtig, richtig weggematscht. Also von daher, ja, aber manchmal die FSK ist, da sitzen halt unterschiedliche Menschen drin. Wir sind ja Gott sei Dank 18 und dann kann es uns egal sein. Was ich noch cool fand ist, weil ich das selber praktiziert habe, 10 Jahre, ist, dass ein Capoeira-Kämpfer mit dabei war. Also Capoeira ist eh nicht die Sportart und ich habe sie geliebt, wirklich ganz, ganz toll. Aber es ist nicht die Sportart, die wirklich eine Chance hat im Ring. Das hat man hier gesehen, das hat man undisputet Teil 2 oder 3, glaube ich. 3! 3 ist es, ja. Ja, und auch bei The Protector. Geiler Kampf, da hat man das auch gesehen und das ist aber nichts, was so einen Kampf lange trägt. Aber Eindruck hinterlässt. Ich muss zugeben, rein vom Stil her, vom Auftritt, war das mitunter der Fighter, der den größten Eindruck hinterlassen hat, wo ich sage, das sah cool aus. Und das ist bei Protector, war das Latif Crowder und der ist halt eine Maschine und hier habe ich es jetzt gerade auf die Schnelle gar nicht gefunden. Ich habe es auch nicht, weil es da tatsächlich von den Kämpfen bis auf jetzt so eine, zwei Sachen ist mir nichts wirklich großen Erinnerungen geblieben. Also es klingt jetzt, ja, es klingt jetzt böse, ich weiß, aber es ist einfach so. Es gab andere Szenen, wo ich gesagt habe, okay, gut, Training und so weiter. Es, ja, passt, aber die Kämpfe waren einfach, ja, waren leider unspektakulär, also für mich unspektakulär. Ja, aber lass uns zum Fazit. Ich fange gerne an, damit ich meine Bluse ein bisschen reinwaschen kann, denn auch wenn ich sehr viel gejammert und sehr viel beschwert und sehr viel kritisiert habe, so hat der Film durchaus genug Spaß gemacht, um ihn sich anschauen zu können. Also es ist jetzt bei weitem kein Highlight, nichts, was ich groß empfehlen würde, aber etwas, wo ich sage, kann man sich durchaus mal so geben. Also da habe ich schon weitaus Schlechteres gesehen. Zum Einmal anschauen taugt er auf jeden Fall. Ja, das ist genau das. Also ich würde ihn vielleicht, ich überlege tatsächlich, ihn mir auch zu kaufen, weil ich möchte einfach diesen Sektor von Herzblut-Filmemachern einfach auch gerne unterstützen. Das ist, das finde ich einfach toll, dass da Leute diesen Film machen, weil sie das so sehr lieben wie wir. Ich könnte sowas nicht. Deswegen, das ist halt immer so, wir sagen halt, wir hätten das besser gemacht und das besser und das. Ja, aber wir würden wahrscheinlich auch nicht besser hinbekommen. Ich fand ihn, ja, das ist so, ich habe auch viel irgendwie gesagt, was mir nicht so gefallen hat, aber er hat mir auch durchaus Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, ja, das, was wir da sehen, ist einfach Liebe zum Film und die Mucke. Deswegen, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, obwohl auch in dem Budgetbereich gerade, was vielleicht Kamera und Schnitt angeht, ohne jetzt, dass ich wirklich genau Bescheid weiß, vielleicht noch mehr drin gewesen wäre. Ja, mir geht's genauso. Er hat mir Spaß gemacht. Es gab natürlich die Kritikpunkte, die wir schon genannt haben bei den Kämpfen und so, aber Trainings, ja, auch. Ich bin halt, ich kann mit Mattis Landwehr einfach nicht wirklich viel anfangen. Das hat mir viel kaputt gemacht, jetzt, wie gesagt, ohne ihn unter den Scheffel zu stellen, also von seiner Leistung her oder so. Ich finde auch, das ist ein Film, da steckt immens viel Herzblut drin. Ich werde mir auch kaufen als Unterstützung, weil sie auch schon gesagt haben, wenn das gut läuft, haben sie Lust, auch an weiteren Projekten zu arbeiten. Ja, immer gerne, ey. Da denke ich mir einfach, okay, ein bisschen mehr Budget könnte das durchaus für die Fans des Kampfsport-Genre der 80er, 90er Turnierkampffilme wirklich was sein. Es ist auch so, dass es vor, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Wochen hat, oder habe ich gelesen, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit sie sind, Jalal Mechi auch gesagt, dass er The Circus weiterdreht, Circuit mit Billy Blanks und auch dem Sohn von Bolo Young. Also der war früher auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die Tigerkralle 1 bis 3 und ist auch so ein israelischer, amerikanischer Kampfsport-Typ. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, also auf weitere Projekte hätte ich Bock, würde ich mir natürlich auch angucken und ja, ich kann einfach auch nur sagen, Teil, ja, danke für dieses tolle Projekt, trotz der kleinen Kritikpunkte. Danke auch von mir, auch wenn ich ein bisschen zu hart dran gegangen bin. Ja, jetzt im Nachhinein kommt das schlechte Gewissen, ne? Ein bisschen. Ja, so ein bisschen schon. Mein Wertschätzung ist. Definitiv. Das ist, ich stelle mir halt auch vor, wenn die, angenommen, das gefällt jetzt so vielen Leuten, dass sie es nochmal, dass sie vielleicht nochmal mehr Geld bekommen, aber auch über Crowdfunding, der wurde ja auch viel über Crowdfunding finanziert, dass da auch nochmal mehr Geld reinkommt. Und wenn die dann sagen, hier, pass auf, Scott Adkins, du kriegst einfach hier 50.000 auf die Kralle, wir können dir nicht mehr geben, hast du nicht Bock? So was, also das ist so ein bisschen der Traum und wahrscheinlich auch der Traum von der Produzenten und Mitwirkenden, wäre doch geil, wenn man da so ein Gesicht, so der Boom, die haben jetzt die B-Movie-Stars aus 80er, 90er geholt und was ist denn, wenn die jetzt einfach unseren B-Movie-Liebling, zumindest meiner, als Scott Adkins, wenn die den ranholen? Das wäre so krass. Und der ist ja selbst Fan von dieser Zeit und ist ja auch in der Zeit aufgewachsen. Absolut. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man sich, wenn man den anfrägt und sagt, ey, pass mal auf, wir packen wieder die restlichen Recken dazu, das sind ja Rofok, bla 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 bla, dass der vielleicht auch sagen wird, okay gut, ich mach da mit, weil ich da Bock drauf hab. Und ich glaube, also ich schätze ihn nicht so ein, ich kenne ihn nicht, aber ich schätze ihn so ein, dass er vielleicht auch sagen wird, hey, pack mal auf, scheiß auf, scheiß auf, scheiß auf die Gage oder ihr bezahlt mir nur, was weiß ich, das Mindeste, ja, das wenigste, was wir irgendwie haben, sodass es halt ins Budget passt, weil, seien wir mal ehrlich, auch der hat ziemlich eine Kacke gedreht. Ja, wo ich mir denke, naja, gut, okay, das Budget dürfte da vielleicht auch nicht so hoch gewesen sein. Also, da hätte ich auch Bock drauf. Ich habe mir gerade noch ein paar Alternativen rausgeschrieben für die Leute, die sagen, ja, okay, aber ich bin doch dem Kampfsport-Genre nicht ganz abgeneigt und zwar gibt es ein paar alte Klassiker. Karate Tiger 5, King of the Kickboxer, auch mit Willy Blanks als Bösewicht, genialer Film, sehr geil, auch ziemlich brutal, muss ich zugeben. Dann Best of the Best 1 ist ein mega Turniersportfilm mit einem überraschenden Ende und für die, die sagen, ich hätte es gern noch ein bisschen deftiger, kann ich Shoot Fighter 1 und 2 empfehlen, da geht es auch gut rund. Habt ihr noch irgendwelche Alternativen? Je nachdem, wenn man wirklich sagt 80er, 90er, dann haltet euch bitte an Sven und ansonsten guckt euch wirklich Adkins-Filme an. Scott Adkins ist einfach ein, also ich meine jetzt nicht John Wick, also nicht diese High-Class-Hollywood-Sachen, sondern wirklich seine kleinen Sachen. Avengement, also wer wirklich Gewalt möchte, guckt sich bitte Avengement an, nicht in deutschen Streaming, da gibt es nämlich keine Gewalt, ein bisschen was geschnittene, die Undisputed-Reihe, also ich glaube, in dem Sektor geht es kaum besser, berichtigt mich, aber mir fällt nichts ein. Nee, absolut. Das ist so für die neueren Sachen, also die sind ja auch schon ein bisschen älter, aber also was der da abfährt, ist, das ist unfassbar, wirklich. Das ist wirklich unfassbar, ja. Das ist so das, es liegt auf der Hand, aber das sind einfach die Sachen, die man dann nennen muss, der letzten 15, 20 Jahre, ich weiß gar nicht. Der erste Undisputed ist halt ohne Adkins, das ist halt ein völlig anderer Film im Endeffekt, mehr oder weniger, und dann wird es halt erst so ikonisch. Ja, ab zwei mit Boyka. Werner, sprich. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, ich habe da aufmerksam zugehört, habe mir selber ein paar Notizen gemacht und werde da mal euren Empfehlungen folgen. Schön. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, zum Letzten. Ja, gebt ihr immer Trinkgeld und seid ihr immer nett zu den Servicekräften? Natürlich. Immer. Ich habe tatsächlich, kleine Anekdote, ich war, was haben wir heute? Am Montag war ich mit zwei guten Freunden, einer davon kam jetzt aus Österreich, wieder habe ich lange nicht mehr gesehen, waren wir zusammen essen. Und er hat 27,50 Euro inklusive Trinkgeld gegeben und dann habe ich einfach nur, weil ich ein Vollidiot bin, 27,51 Euro gegeben. Ja, das war, es war sehr lustig. Die Bedienung hat sich sehr gefreut. Also ja, ich bin auch ein bisschen mehr dabei. Denn wenn nicht, trifft euch vielleicht Beckys Zorn. John Wicks geschwätzige und leicht gestörte Tochter und Hitgirls Schwester ist zurück. Beckys 2, she's back. Oder im Englischen heißt es The Wrath of Beckys. Geht 84 Minuten, hat eine FSK 18. Erscheint am 23.05. die Regie für The Mad Angel und Suzanne Coote. Das sind Neulinge. Die haben zwar schon ein paar Sachen zusammen gedreht, aber sind im Genre generell Rischfleisch. Im Cast hätten wir natürlich Lulu Wilson als Becki und Sean William Scott. Und Katie Siegel für eine Minute. So, worum geht's? Werner, hau raus. Es geht um die junge Becki, die jetzt nicht mehr so jung ist, sondern inzwischen 16 und eben immer noch ein bisschen geprägt ist von dem Erlebnis mit ihrem Vater. Als sie 13 Jahre alt war, wurde ihr Haus ja überfallen von Neonazis. Und dabei ist ihr Vater gestorben und es gab viel Blut. Und jetzt versucht sie ein normales Leben zu leben, kann sich aber nicht so richtig mit Pflegefamilien anfreunden und tut sich ein bisschen schwer so ins Leben zu kommen. Aber langsam wird's. Sie nimmt einen Job an als Kellnerin und dann passieren wieder ein paar böse Sachen, böse Jungs tauchen auf und es wird blutig. Wie es dazu kommt, möchte ich mal nicht verraten, weil so viel Story bietet der Film ja schon alleine nicht. Vielen Dank. Kennt ihr den ersten Gästen? Also Ken ja, aber ich hab ihn nicht gesehen. Gut. Oder weniger gut. Dann fangen wir mit Till an. Till, wie hat dir der erste gefallen? Sehr, sehr gut. Als ich den Trailer gesehen habe, war ich schon, ich war sehr, sehr angetan, weil wir ja als Bösewicht Doug Heffernan haben. Und alter, funktioniert der gut. Junge, Junge, Junge. Also, und auch da wieder eine Augenszene. Das war krass. Wirklich. Also, der hat einen Gore an den Tag gelegt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und das ist wohl so ein Film, ich denke mir, fuck, den hätte ich so gerne auf einem Festival gesehen. Das ist halt so ein richtiger, richtiger Festivalfilm. Ich glaube, das macht richtig, richtig Bock. Hat mir gut gefallen. Punkt. Ja, ging mir auch so. Ich hatte von dem tatsächlich gar nicht so arg viel mitgekriegt. Ich hab nur mitgekriegt, klar, Kevin James hier als glatzköpfiger Obernazi und fies und Kind. Und dachte noch, naja, ich weiß nicht. Ja, okay, gut. Hatte das dann aber auch irgendwie so als, weiß nicht, muss ich mir vielleicht nicht angucken, irgendwie, weiß nicht, auf die Seite geschoben. Was ein absoluter Fehler war, weil als ich ihn dann geguckt habe, dachte ich, oh, der ist fies. Der ist brutal. Kevin James macht einen super unangenehmen Job. Und hey, das macht Spaß. Das war genau das, was auch ich gehört habe über den Film. Und der Grund, wieso ich mir gedacht habe, ja, schaue ich mir den Becci zweimal an. Wahrscheinlich als einziger, ohne den Vorgänger gesehen zu haben, was sich ja jetzt bestätigt hat. Ich werde ihn definitiv nachholen. Gut, dann mach ich auch wieder mit Till weiter. Und zwar, hattest du Erwartungen, Ängste, als du erfahren hast, es gibt eine Fortsetzung? Also erstmal habe ich mich gefreut, weil ich halt den ersten Teil so mochte. Und dann, es ist natürlich so, dass jemand wie ich und auch wie wir, der Slasher, Horror, Revenge, Flicks gerne guckt, zweite Teile sind nicht immer die, die brillieren. Oder generell Fortsetzungen. Und ich habe aber so ein bisschen Hoffnung in mir wahr. Und ich habe halt einfach gehofft, A, ich möchte gerne einen coolen Bösewicht wiederhaben. Und B, ich möchte zumindest das Gewaltlevel auf gleichem Level haben. Ich möchte nicht, dass es jetzt weniger wird. Das war das, was ich erwartet habe, was ich gehofft habe. Ja, als ich gehört habe, es gibt eine Fortsetzung und dass das halt so in diesen DTV-Bereich gleich geht, dachte ich noch, oh schade, da habt ihr was richtig Tolles, Fieses gehabt und jetzt geht es den Bach runter. Also ich hatte wirklich keine Erwartungen. Ich hatte wirklich auch Schiss vor dem Ding, weil ich gedacht habe, ach nee, das wird wieder so ein grausames, abgefilmtes, blödes Filmchen, das ich eh gleich vergesse. Und vor allen Dingen spielt einfach der Stiff-Meister mit. Und das ist einfach was, ich kriege das nicht raus. Egal in welchem Film, warte ich immer drauf, dass einer sagt, hey Mann, wo ist Stiff, lass mal. Aber, ja, ich muss sagen, gerade so am Anfang, die ersten paar Minuten war ich total drin und dachte, hey, verdammt, der sieht gut aus. Und ich mag, wenn es gut passt, halt so auch dieses Voice-Over und es gibt ja auch so einen leichten Durchbruch durch die vierte Wand. Mhm, ja. Wie hat euch das gefallen? Wie fandet ihr den Look? Wart ihr auch direkt drin und dachtet, hey, das könnte doch ganz spaßig werden? Oder war der immer noch skeptisch? Also mir hat es echt gefallen. Ich kannte ja den ersten Teil nicht und konnte da keinen Vergleich ziehen. Habe diese Szenen für sich genommen, aber irgendwie doch gut aufgenommen. Also es war unterhaltsam und mir hat es gefallen für das, was es bis dahin war. Ja, kann ich eigentlich auch so sagen. Also gerade am Anfang, der fängt ja schon völlig drüber an, dass sie als super braves Mädchen da ankommt. Da dachte ich mir, naja, komm, das ist so drüber, das wird doch so nicht bleiben. Und dann hat mir das gut gefallen. Ich hätte gerne noch ein paar mehr von ihren lustigen Tagträumen. Ja, die hat ja da in der Bar irgendwie eingekillt. Das war nur so ein Tagtraum. Das hätte ich gerne noch ein bisschen öfter gehabt. Das fand ich ganz cool. Aber ansonsten, ja, ich bin gut reingekommen. Ich habe vor allem ihr Outfit geliebt, als sie da als Kellnerin arbeitet und ich dann ihr Outfit gesehen habe, dachte ich, ja, das ist schon lieb gemacht. Voll cool. Also ich fand schon den Anfang witzig, als sie dann von ihren Familien erzählt, wo sie dann da ist und die dann sagen, ja, wir haben super tolle Schulen und mega geiler Vorort. Und du guckst sie nur an und denkst, okay, kriegen die Eltern eigentlich nicht gesagt, was die da angestellt hat. Oder, ja, und da hatte ich schon echt Lust drauf, weil der auch einen gewissen coolen Humor an den Tag gelegt hat, schon am Anfang, der auch ziemlich schwarz und ziemlich drüber ist. Und auch so dieser erste Tagtraum, das hat mir echt Spaß gemacht, weil ich die Effekte gleich gesehen habe und dachte, okay, gut, kein CGI, das sieht ordentlich aus. Da bin ich echt gespannt. Und er geht ja auch, der hält sich ja nicht groß auf, zumindest am Anfang. Und dann lernen wir auch relativ schnell die Goons kennen, die mich dann doch etwas, naja, die mir einfach zu blass waren. Und das hat irgendwie nicht so ganz, also ganz gepasst. Die sahen mir nicht abgefuckt. In dem Fall wirklich nicht abgefuckt genug aus für das, was sie so von sich geben. Wie ging es euch? Ja, das war mir auch ein bisschen zu wenig. Also es liegt vielleicht daran, dass Kevin James tatsächlich abgeliefert hat. Bin ich gespannt, was Werner sagt. Aber wenn man den ersten Teil gesehen hat, waren die mir ein bisschen zu wenig für richtig, richtig böse, dass sie auch einem Angst machen. Also auch ohne den ersten Teil gesehen zu haben, muss ich sagen, generell im Allgemeinvergleich war es mir auch zu wenig. Die waren halt einfach da, haben mal ein paar Sätze von sich gegeben, so nach dem Motto, ja, wir sind die Bösen, ihr dürft uns nicht mögen und weiter geht's. Ja, also sie beleidigen sie zwar und du huckst auch da und denkst, was für Arschlöcher, aber ich hab sie ihnen irgendwie nicht, die sahen mir auch teilweise zu brav aus, nicht irgendwie, teilweise nicht abgenommen. Nee, du nimmst sie nicht ernst und auch nicht als Bedrohung kannst du wahrnehmen. Was mir gut gefallen hat und das hat mir auch so teilweise ein bisschen Angst gemacht, ist, Becky lebt bei einer älteren Dame, die denselben Namen trägt wie meine Tochter und da dachte ich, okay, also diese ältere Dame hasst auch Menschen und weiß, dass Becky ein gewisses Gewaltpotenzial hat, das sie dann auch im Wald auslebt und dann auch an Bäumen mit Messern trainiert und Fallen baut und die Alte sich kaputt lacht, wenn Becky irgendwo reinfällt, weil sie verrafft hat, dass da eine Falle war. Die fand ich zum Beispiel sehr witzig und da gibt's ja auch so eine kleine Home-Invasion-Story, die fand ich auch ganz okay, aber was mich so ein bisschen teilweise gestört hat, ist der arme Hund. Ja. Der relativ schnell eins draufkriegt und dann dachte ich mir, ja gut, also die hat diesen Hund und ruft Angriff und dieses Vieh macht dich kalt. Das beißt einmal zu und dann ist dein Arm weg. Das fand ich so ein bisschen schade, dass das, es wird zwar nochmal aufgegriffen, aber da dachte ich mir auch, das ist eine Waffe, die einfach unbenutzt liegt. Das stimmt, da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können, aber das Ding ist ja vielleicht, also es ist ja sowieso schon dieses ein Mann, eine Frau gegen den Rest der Welt und dann auch noch ein Hund und vielleicht haben sie sich gedacht, aber wir dürfen nicht zu viel John Wick da reinbringen, weil gerade John Wick 3 hat diese Hundeszene, diese ganze Sequenz vielleicht, weiß ich nicht. Ja, also ich hätte mir auch vielleicht ein bisschen mehr Training, das ich auch ziemlich cool fand, das haben sie echt gut gemacht, ein bisschen mehr Training gewünscht und ein bisschen mehr die alte Dame, die ja auch dann einen, naja, schnellen Tod, sagen sie einfach wie es ist, erwartet. Da dachte ich, schade, das hätte mich so ein bisschen interessiert, wie so die Verbindung zwischen den beiden ist, aber Becky begibt sich ab dann natürlich auf Rachefeldzug und verfolgt die Gunz in eine Blockhütte und untersucht dann auch die Farm und da dachte ich, oh, oh, geil. Also noch mehr Killerwerkzeuge und Granaten und Maschinengewehre und irgendwelche anderen abgefuckten Zicheln liegen da einfach rum und warten nur darauf, benutzt zu werden. Dann dachte ich, oh, ihr habt verstanden, was der geneigte Blutschauer sehen möchte. Das stimmt. Haben sie was draus gemacht oder haben sie nix draus gemacht? Da hatte sie doch auch einen Tagtraum, ne? Ja, da hatten wir... Ja, der kommt nach. Das ist dann, wo sie auch in der Scheune ist, aber dann mit dem, was auch immer, der ultra aggressive kleine Bulldozer. Da hätten sie ruhig richtig auf 200% gehen können. Boah, das wäre so geil gewesen. Ja. Ja, fand ich auch. Also ich fand dann, dass sie sich reinschleicht und dann die Infos holt und wieder rausschleicht und so. Dachte ich, okay, ihr Outfit. Also da hätte sie sich auch ein Neonschild umhängen können mit ganz vielen Hinweisen. Ich bin hier. Das fand ich, dachte ich, okay, aha, gut, da war es halt auch drüber und so. Aber ich hätte mir mehr Rambo im Wald. Ich kille einen nach dem anderen und zwar noch krasser mit mehr, mit mehr, ja, es war mit etwas ein bisschen zu einfallslos. Der Ansatz, der hat gepasst. Also die Idee, der Anfang, also der Anfang von der Action, sag ich mal, war super. Aber dazwischen war halt einfach zu viel Pause und am Ende ein bisschen zu viel Standard. Also man hätte da einfach Vollgas geben müssen. Die Zutaten waren da, aber sie haben vieles auf dem Tisch liegen lassen. Ja, das waren vielleicht die zu hohen Erwartungen aufgrund des ersten Teils. Also von meiner Seite aus, das wäre, das wäre noch was geworden. Also es ist nicht, das, was wir sehen, ist nicht kacke und es ist blutig. Gerade, ich liebe den Kill mit der Handgranate. Oh ja, der hat Spaß gemacht. Und wie die Kamera die ganze Zeit auf diesem Hals bleibt, aber halt unscharf und dann im Hintergrund die beiden, die Charaktere scharf stellt und es bluckt die ganze Zeit noch weiter und sprudelt und spratzt. Also das war schon, das war schon ziemlich wild, was wir da gesehen haben teilweise. Aber ich hätte gerne, die hätten, warum haben sie es nicht noch ein bisschen höher gedreht, die Schraube, ja? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe den auch sehr gefeiert. Ich feiere aber auch den Kill mit der Machete gefeiert. Den fand ich auch mies. Aber ja, hier ist es auch, finde ich, so, der hat, der fängt super an. Der hat straight, geh mir auf, okay, jetzt geht's los. Und dann treten wir ordentlich auf die Bremse. Und ich finde auch, ich sage jetzt einfach, ich finde auch Stifler, ja, der bleibt auch sehr plass und wirkt auch nicht wirklich einschüchternd oder so abartig böse, dass die ihm mehr als nur den Tod wünscht. Da dachte ich mal, da hätte der vielleicht noch jemand anders nehmen können. Und den kleinen Twist fand ich nett. Und die fand ich zum Beispiel bedrohlicher als ihn. Ja, das stimmt. Die Szene mit der Armbrust fand ich aber auch cool. War jetzt zwar nicht ultra blutig, aber trotzdem hatte das Spaß gemacht für die paar Sekunden, wo es gelaufen ist. Also da hätte ich mir gerne auch mehr von gewünscht. Also der Spaßfaktor war durchaus da, aber halt eben zu wenig. Ja, das stimmt. Viel Gelaber, muss man sagen. Die Bösen, in Anführungszeichen, sitzen halt da, reden viel, bevor es losgeht. Und der Film war gefühlt halb vorbei, als die Action angefangen hat. Ja, ich habe mal auf den Timer geguckt und das fängt auch so richtig, geht es irgendwie ab Minute 40, 45 los und der geht nur 85. Da dachte ich, okay, gut, wir haben noch die Hälfte vor uns, das könnte passen. Aber dann, ja, dann hocken sie wieder da und quatschen und ach Gott, komm, wir geben ihr den Hund zurück. Wo ich mir denke, warum? Warum geht in den Wald und verfolgt sie verdammt nochmal? Und die hat sich hoffentlich einen ganzen Koffer mit irgendwelchen abartigen Waffen zusammengebastelt und wird sie alle an euch ausprobieren. Da war es mir ein bisschen zu zahm, aber das sieht alles trotzdem noch gut aus. Tolle Effekte, es gibt ordentlich Blut, es gibt viel Humor, der da auch wirklich gut reingepasst hat und ich finde auch nicht deplatziert war. Ja. Aber es war halt trotzdem immer noch mit angezogener Handbremse. Das war ein bisschen schade. Also es ist grundsätzlich jetzt nicht der Film, wo ich sage, okay, ich bin enttäuscht, aber es war so, es hätte noch ruhig, es hätte recht ruhig noch mehr sein können. Weil ein Wald, das hat man ja ein bisschen im ersten Teil auch schon gesehen, es bietet einfach viel. Und gerade, wenn sie da auch noch die Scheune hat und sowieso schon, ja, sie ist jetzt halt der super badass Killer mehr oder weniger, Rache-Killer, Rache-Engel, kann man auch sagen. Und ich weiß nicht, ob Teil 3 kommt, aber dieses, dass Dinge, die man noch nicht gesehen hat oder Werkzeuge, die selten zum Einsatz kommen, das ist sowas, wo ich mir wünschen würde, gib mir doch, gib mir doch davon ein bisschen was. Nimm doch den Rasenmäher, nimm doch den, keine Ahnung, die Hacke in der Scheune oder das wäre schön gewesen. An die Hacke hatte ich auch gedacht, ja. Ja, also ich habe definitiv Lust auf mehr, also ein dritter Teil darf da gerne kommen, den ersten. Guck dir Teil 1 an. Wollte ich gerade sagen, den ersten werde ich auf jeden Fall nachholen, weil der ist ja auch auf Prime verfügbar. Und ich werde mir den definitiv nachholen, weil auch wenn jetzt Becky 2 nicht der absolute Hammer war, so sind es halt eben doch die Zutaten, von denen ich mehr möchte. Also dieser lockerer Spaß, ein bisschen dumme Kills und übertriebene Action, das macht einfach Spaß. Und wenn der erste das noch besser abliefert, dann bin ich dafür zu haben. Wobei ich zu meiner Begründung sagen muss, ich bin nicht der allergrößte Kevin James Fan. Das ist der Grund, deswegen habe ich ihn nie angeschaut. Genau und das ist exakt, also ich bin auch, also King of Queens habe ich damals ganz gerne geguckt, aber das ist wie mit Adam Sandler. Ich hasse diese Filme, die die machen. Egal was, Kindsköpfe finde ich scheiße und den ganzen Kram drumherum, alles was die mit Comedy machen. Und ich glaube, je mehr man das nicht mag, desto geiler kommt Becky, weil Kevin James einfach ein unfassbares Arschloch ist in dem Film und das so geil spielt. Interessant. Das stimmt. Ich mag die Komödien teilweise, also auch Kindsköpfe geht gar nicht, aber im Original kann man sich mal angucken. Die Synchro im Deutschen ist furchtbar. Aber bin auch ein King of Queens Fan gewesen, bis es halt wirklich in der Endlosschleife gezeigt haben. Ja. Aber das hier, was er bei Becky abliefert, das kannst du nicht vergleichen. Also das ist wirklich, er spielt einen absoluten Wichser und du nimmst ihm auch wirklich ab. Ja. Das macht er echt gut. Jo, was gibt es hier noch groß zu sagen? Auf den Lieblingskill haben wir uns hier schon geeinigt, das dürfte die Handgranate gewesen sein. Ich glaube auch, ja. Oder Werner, ist dir die Macheten-Szene lieber? Nein. Es ist definitiv die Granate, weil die im wahrsten Sinne fetzt. Wie gesagt, die Szene mit dem Bogen, also mit der Armbrust und dem Pfeil fand ich noch cool. Aber das war jetzt in dem Sinne nicht der Kill, sondern nur Teil des Kills. Ja. Und ich wäre tatsächlich auch offen für eine Fortsetzung, soweit ich auch gelesen habe, schreiben die wohl schon an einem dritten Teil. Auch wenn mir das Ende, ich finde es auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite dachte ich mir, ah, mir ist eigentlich so dieses, ich bin harmlos und ziehe jetzt halt in die nächste Stadt und dort erwarten mich die nächsten Assis. Das wäre mir, glaube ich, lieber. Ich weiß nicht, ob es im dritten dann zu arg drüber geht, wie bei Machete 2. Ja, okay. Das ist eigentlich aus Machete 3 geworden. In Space? Ja, den wollte ich haben. Ich glaube, den gab es nicht. Ja, den hätte ich. Machete Killed in Space. Machete Killed in Space. Ich wollte ihn. Ja, ich glaube auch nicht, dass Danny sich nochmal ins All aufmacht. Das glaube ich weniger. Okay, habt ihr noch irgendwas zu Beggy? Da gab es außer dem knallroten Anzug ist mir tatsächlich nichts ultradummes aufgefallen. Nö. Der Rest macht einfach Spaß. Ich kloppe jetzt Klammers Fazit hinterher. Also ich fand es ist eine gute Fortsetzung, ist drüber. Wer mit sowas was anfangen kann, ist da herzlich eingeladen. Es hat natürlich gewisse Anleihen auch im Stil von Hitgirl, die sich da durch die Reihen schnetzelt. Aber es ist halt immer noch, also für mich ist es zu wenig. Gerade wenn du die Wand siehst mit den ganzen Waffen und dann noch nebendran noch einen riesen Keller mit Waffen hast, einen riesen Bereich mit Waffen, hätte ich mir tatsächlich mehr Rambo-Wald-Action gewünscht, einer nach dem anderen. Und explizit ja, aber da geht noch was. Ich habe trotzdem Bock auf einen Dritten und sage, das ist eine spaßige Fortsetzung im DTV-Bereich, die nicht nach DTV aussieht. Das ist richtig. Und vor allem, weil, ich kling mich mal gleich ein, weil die Lulu Wilson halt auch so eine Rampensau ist. Also so eine, die macht das irgendwie gut. Das nimmt man der ab. Und ich kann, ja, ich würde einfach sagen, was Sven gesagt hat. Weil es ist nicht Teil 1, also es ist nicht so gut wie Teil 1. Man muss Abstriche machen. Und jetzt bestes Beispiel ist Werner, wenn dem das wahrscheinlich, wie es sich angehört hat, auch ganz gut gefallen hat und man kennt den ersten noch nicht. Ich glaube, dann ist der erste Teil noch besser. Also, ja, ist beides, kann man sich beides gut angucken. Ja, also das hast du definitiv richtig rausgehört. Ich fand Becky 2 jetzt echt unterhaltsam. Ist natürlich bei weitem nicht gut. Dafür reicht es nicht ganz. Aber für das, was es ist, macht der Film Spaß, hat er seine Stärken, sieht teilweise schön blutig aus. Und wenn er jetzt, wenn jetzt nicht gerade gelabert wird, dann ist er sehr unterhaltsam. Von daher habe ich definitiv Lust auf einen Nachfolger. Und vor allem habe ich Lust, den ersten Teil nachzuholen. Denn wenn der noch besser ist, dann sign me up. Ganz genau. Prima. Habt ihr noch irgendwelche Alternativen? So im Bereich Killer, Kinder, Killer, Jugendliche? Also ich habe mir zwar aufgeschrieben, klar, Becky 1. Ich habe jetzt auch noch Kinder des Zorns und Chucky. Die meist halt auch klein und fies ist. Und aber Megan. Aber ja, stimmt, Megan. Habt ihr noch irgendwas? Es gäbe noch einen Film, der heißt The Hunt. Kennt ihr den? Ah, stimmt, ja. Der ist von 2020. Das sind, das ist auch so ganz 0815 klassisch. Da wachen zwölf Leute auf, wissen nicht, wo sie sind. Und dann merken sie, oh fuck, irgendwie ist in dem großen Waldareal, müssen wir uns alle gegenseitig killen. Und der hat mir ganz okay gefallen. Den fand ich ganz gut. Also den kann man mal gucken. Der ist allgemein sehr wichtig. Also der wird in verschiedenen Gruppen immer mal wieder in den Traum geworfen, gerade wenn es um so etwas geht. Also ich habe ihn in meiner Sammlung aber noch nicht gesehen. Klassiker, ja. Dann ist, ja, also man muss schon so ein bisschen, das Feld ein bisschen breiter fassen. Aber ganz Akimbo ist noch cool. Oh ja, der ist cool. Der macht Spaß. Ja, aber das ist, okay, aber das sind ja keine Killer-Kinder. Ja, das stimmt. Aber ja, Kinder nicht, weil Kinder sind schwierig. Doch, er sieht schon so aus. Also. Ja, das ist aber Daniel Radcliffe und der ist, keine Ahnung, schon fast. Mann, der ist Harry Potter. Ja, und Harry Potter wirklich. Ja, trotzdem. Nein. Ja, okay. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich muss das Feld ein bisschen weiterfassen. Und dann kann man nämlich noch Ready or Not dazu tun. So, das ist, ja, das geht mir nicht um Kinder, aber um eine junge Frau, die, ja, draufhaut. Und da ist Ready or Not gespielt. Ready or Not auch noch ganz cool. Das ist doch der, oder? Was? Das ist doch der mit dem Gesellschaftsspiel, oder? Ja, auch mit der Coach. Ja, genau. Das ist Samara Weaving, die ich ja auch sehr gerne sehe. Genau. Und das ist dieses Hochzeitsritual, was natürlich dann komplett so läuft, dass alle sie killen wollen. Und da sind wir dann auch bei dem nächsten Beispiel, nämlich Abigail, was ja im Kino läuft, was ja von den gleichen Machern ist. Ach, The Hunt hast du gemacht. Ach, jetzt habe ich es gerafft. Ach Gott, ach Gott. Es gibt so viele. Ich habe, glaube ich, allein schon hier fünf Filme stehen, wo steht The Hunt. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, wenn ihr nichts mehr habt, sind wir für heute durch. Nö, ich habe nichts mehr. Nö. Ich möchte sagen, das war ein wirklich cooles Filmepaket, das wir diesmal hatten. Ja, für mich auch. An und für sich. Ja, absolut, ja. Gerade die letzten beiden Filme, die sind ja recht positiv bis gut weggekommen. Auch wenn ich viel gejammert habe, muss ich zugeben, hatte ich mit den beiden Filmen wirklich mehr als ausreichend Spaß. Auch wenn es jetzt keine Highlights sind, so sind es eben doch Streifen, die man gerade in dieser Kategorie Wültisch-Werner liebt. Also von dem her genau das Richtige. Richtig. Findest du es gar fast zu gut für den Wültisch? Stimmt. Die letzten zwei sind tatsächlich zu gut für den Wültisch, da hast du recht. Ja. Ja, der Van Damme ist ein Wültisch-Film. Ja, total. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, das stimmt. Und auch der Van Damme-Film ist auch kein 99-Cent-Film, ne? Also muss ich auch sagen. Nee, außer man benutzt die Vorspultaste und denkt, guck mal die Action an. Aber auch die ist halt teilweise, wie wir schon gesagt haben, net so der Knaller. Ja, und die anderen Leiden kann man gut auch gucken, ja, wenn man sagt, okay, ich gebe mal 5 Euro zum Leiden aus, ne? Also das geht auf jeden Fall klar. Oder kauft es euch direkt. Okay, dann kann ich nur noch sagen, folgt uns überall, wo es Likes gibt, kommentiert, empfehlt, hört euch auf www.tele-stammtisch.de. Alle Folgen von den Cannibals an, auch vom Rest. Es gibt aktuelle Starts, es gibt ältere Sprengungen. Da ist alles, was man braucht, um einen wirklich tollen Abend, Tag oder sonst was zu haben. Ich sag schon mal ciao und dann dürfen die zwei anderen drum kämpfen, wer als nächstes darf. Ciao, ciao. Das Beste kommt zum Schluss, deswegen bin das nicht ich, sondern ich sag jetzt tschüss, danke fürs Einschalten und jetzt darfst du. Du scheiß Schleimer. Dann möchte ich bitte euch alle bitten, kommt auf unseren Community-Server. Wir haben jetzt den Community-Server. Und sobald das Ding verfolgt das alles und sobald das Ding wirklich richtig an den Start geht, werden es alle erfahren. Wir erproben das gerade noch ein bisschen. Das ist in der Mache und es wird geil. Und damit tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.